Werte Hörerinnen und Hörer, willkommen bei der freien Tribüne der SP Ostbelgien. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio und zwar Charles Servati, Parlamentspräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft. Herr Servati, kurz vorweg, da wir bei der SP Ostbelgien einen familiären Umgang führen, meine Frage an Sie, macht es Ihnen etwas aus, wenn wir zum Du übergehen? Hallo Jörg, für mich kein Problem, sehr gerne sogar. Ich bin zwar Parlamentspräsident, aber ich will hoffen, dass ich weiterhin auch der zugängliche Charles bin, der ich immer war und mit dem man auch mal in ganz lockerer Form über verschiedene Themen reden kann. Lieber Charles, vielen Dank für das Du. In den vergangenen Wochen bist du viel umhergereist und hast die DG und unser Parlament auf zahlreichen nationalen und internationalen Veranstaltungen repräsentiert. 50 Jahre Autonomie für Ostbelgien, ein bemerkenswertes Jubiläum. Wie stolz macht dich das, Teil dieses bedeutenden Jubiläums sein zu dürfen? Natürlich bin ich ein wenig stolz darauf, von den 50 Jahren einige auch mitgestaltet zu haben, sei es seit 1995 als Abgeordneter im Parlament, sei es seit 1999 als Vorsitzender der SP-Fraktion oder auch von 2001 bis 2023 als erster Schöpfe der Gemeinde Bütchenbach. Und selbstverständlich bin ich besonders glücklich darüber, dass die Kollegen Abgeordneten mir zu Beginn dieses Jahres die Möglichkeit gegeben haben, das Parlament als Präsident zu vertreten. Hervorheben möchte ich aber auch ganz besonders die Arbeit der ostbelgischen Bevölkerung und der vielen Akteure der Zivilgesellschaft. Zahlreiche Vereinigungen, Vereine und andere Dienstleister haben im Laufe der Zeit dazu beigetragen, Ostbelgien zu dem lebenswerten Ort zu machen, der er heute ist. Mit diesen Akteuren hat das Parlament im Rahmen des Jubiläums einen intensiven Austausch geführt. Dies, um nicht nur zurückzublicken, sondern auch Lehren zu ziehen und gemeinsam mit diesen Partnern die Zukunft zu gestalten. Nicht zuletzt stellt der Bürgerdialog inzwischen ein wesentliches Merkmal unseres eigenen ostbelgischen Demokratiemodells dar. Welche Meilensteine haben dazu beigetragen, die Autonomie unserer Gemeinschaft zu stärken und die Identität der DG zu festigen? Als Meilensteine kann man insbesondere die verschiedenen Zuständigkeitsübertragungen an die DG bezeichnen. Die bekannteste Form, wie wir schon mehrfach neue Zuständigkeiten erhalten haben, sind die sogenannten Staatsreformen. Das ist auf Ebene des belgischen Föderalstaats. Nicht weniger wichtig sind aber auch die neuen Befugnisse, die wir bilateral mit der Wallonischen Region ausgehandelt haben. Besonders deutlich wurde dies jeweils im letzten Jahrzehnt. Kannst du dazu einige Beispiele nennen? Nehmen wir zum Beispiel die sechste Staatsreform. Durch diese wurden uns neue Zuständigkeiten in den Bereichen Jugendschutz, Gesundheit, Pflege, Senioren und Familienzulagen übertragen. Das sind zwar große Aufgaben und Herausforderungen, inzwischen verfügen wir aber über das gerechteste Kindergeldsystem von ganz Belgien. Und was die bilateralen Verhandlungen mit der Wallonischen Region betrifft? Über diesen Weg erhielten wir zum Beispiel die Zuständigkeit für die lokalen Behörden und deren Finanzierung. Wir können also selbst entscheiden, wie die deutschsprachigen Gemeinden und übrigens auch die Kirchenfabriken funktionieren. Vor allem aber ermöglichen uns die Raumordnung und der Wohnungsbau, unseren Lebens- und Wohnraum nach den eigenen Bedürfnissen der ostbelgischen Bevölkerung zu gestalten. Und auch im Bereich der Energie konnte das Parlament bereits eine extrem wichtige Reform verabschieden. Dank der Abschaffung des Audits und der drastischen Vereinfachung der Anträge wurden die Energieprämien in den letzten beiden Jahren massiv beansprucht. Und entsprechend diesem Zuspruch haben wir auch deutliche Erhöhungen der dafür vorgesehenen Mittel vorgenommen. Von 0,5 auf über 4 Millionen Euro. Wo siehst du bzw. wo sehen die ostbelgischen Sozialdemokraten und Sozialisten den Mehrwert der Autonomie für die DG? Die Autonomie ermöglicht es uns, selbstbestimmt zu leben. Auch hier nenne ich einige Beispiele. Dank der Autonomie können wir Deutschsprachigen zum Beispiel gemeinsam entscheiden, wie und was die Kinder in der Schule lernen. Wir können beschließen, wie die Kleinsten betreut werden und welche Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten die Jugendlichen haben. Dabei ist einiges zustande gekommen, auf das wir besonders stolz sein können. Und seit dieser Legislaturperiode haben wir zudem die Möglichkeit zu bestimmen, wie wir bauen und wohnen oder wo sich Unternehmen ansiedeln und wo Grünzonen bestehen bleiben oder etwa neue entstehen sollen. Anders gesagt, wir können die Umwelt schützen und Arbeitsplätze schaffen. Das alles dank der Autonomie. Genau dafür hat die SP aus Belgien sich immer eingesetzt. Du erwähntest vorhin ein weiteres Aushängerschild aus Belgiens, den ständigen Bürgerdialog. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, der Bürgerdialog schlägt inzwischen tatsächlich europaweit positive Wellen. Damit haben wir eine echte Art Pionierarbeit geleistet. Bisher wurden solch unterschiedliche und vielseitige Themen wie Pflege, Inklusion, Digitalisierung und Wohnraum für alle bearbeitet. Aktuell ist das Thema Integration an der Reihe. Wichtig ist, dass die jeweiligen Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger von der Politik ernst genommen werden. Und siehe da, genau in diese positive Richtung gehen auch schon viele Rückmeldungen, die wir von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Bürgerdialog bisher erhalten haben. Wie wichtig ist dir persönlich die direkte Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungsprozessen? Bürgerbeteiligung ermöglicht es uns, zusätzliche Meinungen einzuholen und mitunter einen anderen Blick auf besonders wichtige Themen zu berücksichtigen. Dieser Blick von außen kann uns durchaus helfen, um den einen oder anderen Ablauf zu optimieren, die eine oder andere Verbesserung herbeizuführen. Schon deshalb muss der Bürgerdialog auch in den kommenden Jahren ganz sicher fortgesetzt werden. Vielen Dank, lieber Charles, für deine Zeit und das sehr interessante Gespräch. Ich sage danke. Das war die freie Tribüne der SP Ostbelgien mit dem Parlamentspräsidenten der deutschsprachigen Gemeinschaft, Charles Hervati. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wünschen Ihnen schon jetzt schöne Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.